Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted The Lost Legacy. Weiter geht's! So, hier lang. Und da rüberkrettern. Ja, ich gehe einfach hier lang. Marco Pono. Wir haben also ihre Stadt geflutet, um ihre Geheimnisse zu schützen. Denkst du, die Soldaten wussten, dass sie nur Köder waren? Ehrlichkeit ist nicht immer die beste Strategie. Das stimmt. Deine Leute müssen zu 100% hinter dir stehen. Und Gegner. Der blöde Sack wollte sie nicht hergeben. Ja, ich erinnere mich. Und er hat Waffe gefunden. Los, komm her. Nichts Persönliches. Nichts Persönliches. Oh, oh. Scheiße. Und hierhin. Ja, da haben wir keine Granate. Okay, der Granate hat gereicht. Wo müssen wir hin? Et decken bleiben. Le gute Idee. Das ist die Frage, wie wir weitergehen. Ich sehe da gar nicht, wo ich mal weiterkomme. Moni. Hinter die Deckung, bitte. Und hier lang. Komm schon, hier lang. Oh, shit. Und schon sind wir wieder drüben. Wir sind mal hier drüben. Nachladen, bitte. Und eben wieder regenerieren. Das war ein Kopfschuss. Das war ein Kind of Goode Idee. Das war ein Kind of Goode Idee. Kopfschuss! Da langt! Verdammt! Wieso verzieht er so stark? Zwei Kopfschüsse! Und immer ist dieser... Warum müssen wir lang? Da lang wahrscheinlich! Fieck! Natürlich geht's kaputt! Ich glaube, hier kann er nicht runter! Hier kommt er, glaube ich, nicht runter! Im Boden eingeritzte, was? Nichts Gutes! Siehst du die Kanäle? Die waren wohl kaum für Wasser! Oh! Oh, ein Schatz! Hardcore-Schatz-Sucher! Jetzt ist die Frage, wo müssen wir lang? Ich glaube, hier! Ja! Ähm... Oder guckst du da die ganze Zeit? Oder guckst du da? Oder guckst du da? Oder guckst du da? Oder guckst du da... Oder guckst du da? Oder guckst du da? Ähm, ja Was müssen wir tun? Ich habe keine Granate Oh Ähm. Ja. Was nun? Hallo? Ist ja irgendwie gerade was am stacken. Weil es passiert nichts. Hallo? Ach, hier oben. Ich dachte eigentlich, dass der andere der Weg wäre. Oh, da kommt der Wagen. Oh, hi. Oh, hi. Mag sein. Weißt du, ein Heusaller Dichter schrieb einmal über einen jungen König. Der Gnade zeigte und dadurch unsere Rituale beendete. Aber die alten Könige, die wussten, Fortschritt verlangt Opfer. Erzählst du das denn, Männern? Na schön. Also. Zu Kriegszeiten war das Wasser in diesen Aquädukten in der Hauptstadt rot gefärbt. Die, die nicht kämpften, mussten als Inspiration dienen für jene, die es taten. Die, die nicht kämpften, mussten als Inspiration dienen für jene, die es taten. Oh, 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 oh. Du machst es mir leicht. Shit. Ist dir jetzt stolz? Ein bisschen, ja. Komm schon. Weißt du, um ein Volk anzuführen, musst du erst Chaos sehen. Ich werde ein Bürgerkrieg umzütteln und die schwachen Nachkommen des jungen Königs vernichten. Und mit dir vernichten. Oh, verdammt, scheiße. Und ab ins Wasser. Ich glaube, da ist schon was. Aua. Aua. Alles okay? Ja. Glaub schon. Hey, ganz langsam. Du hast fast ne halbe Stunde weggetreten. Ne halbe Stunde? Ja. Ach, shit. Shit, das Surfer hat die Scheibe. Langsam. Wir müssen los. Hey, ganz ruhig, okay? Glaubst du, du schaffst es? Habt ihr schon schlimmere Nächte, glaubt mir. Ich frag lieber nicht. Schön, dass du wieder da bist. Ihr, ihr seid jetzt zu zweit richtig hier. Okay. Holen wir uns unsere Scheibe. Und ein paar Waffen. Und ein paar Waffen. Ja, weil, anscheinend haben wir jetzt keine mehr. Die wurden ja alle abgenommen, glaube ich. Ähm, ich möchte dir noch sagen, du hattest recht mit Asaf. Ich meine, er sieht so bescheiden aus. Nicht wahr? Genau das will er auch erreichen. Ich bin mir sicher, dass seine Brille nur Dekoration ist. Damit er harmlos oder intelligent aussieht. Beides. Ah, aber er ist intelligent. Er war Arzt, bevor er hiermit anfing. Also hat er eine lukrative Arbeit hinter sich gelassen. Bin mir sicher, dass er dachte, dass er das einzig Richtige tut. Hey, bist du sicher, dass du weitermachen kannst? Klar. Du musst es nur eine Weile langsamer angehen lassen. Ja. Ich glaube, hier oben müssen wir lang. Hier hoch. Langsam. Ein bisschen langsamer angehen. Dann lass uns das Ding mal öffnen. Wo kam das Teil eigentlich her? Ich bin ein heiliger Stier. Das ist Nandi. Shivas Torwächter. Das muss der Eingang zur alten Hauptstadt sein. Dem müssen die Aquädukte freigelegt haben. Ja. Scheiße. Asaf ist schon auf dem Weg rein. Okay, dann nichts wie ab, da runter. Komm. Nein. Was meinst du mit nein? Sam Drake. Sein verdammter Experte ist Sam Drake? Ja. Scheiße. Weißt du was? Das ist fantastisch. So kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nadine. Was? Was? Sam ist der eigentliche Grund, wieso wir überhaupt hier sind. Dann sagt er das mit Sessa. Das war mein Deal. Sam ging voraus, um für mich nach der Scheibe zu forschen. Aber dann verschwand er und ich konnte ihn nicht einfach zurücklassen. Du hast meine Vorgeschichte mit Sam und hast mich mit reingezogen. Meine Vorgeschichte mit Asaf machte dich zur perfekten... Halt dich bloß nicht zurück. Pass bloß auf. Weißt du was, Nadine? Das ändert gar nichts. Du bekommst trotzdem deinen Anteil. Ja? Oder vielleicht serviert ihr mich ab, sobald ihr den Zahn habt, du und Sam. Komm schon, Mann. So arbeite ich nicht. Das ist genau die Art, wie Leute wie du arbeiten. Dass ich dir vertraut habe. Hör zu. Ich wollte dir von Sam erzählen. Okay, jetzt kommt Sam. Sam und Drake ins Spiel. Okay, das ist jetzt schon tot? Ich gehe lieber nach. Halt den langen Weg. Das ist der Dank für meine Ehrlichkeit. Voll auf die Fresse. Gut, dass ich an Schmerzmittel gedacht habe. Die aber natürlich noch im Wagen sind. Das ist die Frage. Wo muss ich lang? Regen. Wo müssen wir eigentlich lang? Also hier kommt der Aquädukt ins Spiel. Er muss den Nandi-Statue angehoben haben. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich lang gehe. Natürlich geht das kaputt. In dem Moment, wo ich rüberschwingen will. Was machen wir bis hier? Was machen wir bis hier? C4? Wozu ist das C4? Äh. Ist wie die Granate. Ist wie die Granate. Ja, ich muss mich aber auch erstmal durchschleichen. Und da ist dieser verdammte gepanzerte. Das gepanzerte Fahrzeug. Wo fährst du lang? Da ist ein zu. Ist wie die Karate. Das war's an der rightfullyen. Ich bin froh. Ja. Da war ich安. Was meine Lieber? Da war. Und das war. Ich bin froh. Ich bin froh. Da ist sie. Das war. Ich glaube, ich gehe da lieber ein bisschen näher. Wir beginnen mit dem Kampf gegen den da, mit weniger Gegnern. Du hast nichts gesehen. Komm her. Du hast nichts gesehen. Ich bin es nicht gesehen. Ich bin es nicht gesehen. Ich bin es gesehen. Ich bin es gesehen. Tschüss. Wie hat es den denn? Wie haben die den denn entdeckt? Ich bin es gesehen. Ich bin es gesehen. Ich bin es gesehen. ... Vielen Dank. Hm, ne Panzerfaust. Wieso fährst du jetzt aber immer da? Das Teil ist ja immer überall. Das Teil ist ja immer überall. Das Teil ist ja immer überall. So, einmal hierhin. Was war das? Was war das? Was war das? Los! Mach ich! Hast du was gefunden? Hier ist alles sauber. Wieso hat er mich gesehen? Da war doch nichts. Hier war doch eine Deckung. Na, wieso war es auf der Hauptwaffe? Was war das? So, der Nächste weg. Jetzt ist, glaube ich, nur noch dieser Scharfschütze da. Aber erstmal sollte ich... Da hinten das Aufmachen. Uh! Kommt genau dann das Teil oben. Die Ecke. Eine weitere Panzerfaust. Die sollte mich mal in Richtung... ...den Typen machen. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Hallo für die Panzerfaust. Wo ist er? Ja! Ein guter Anfang. Mal sehen, wie viel der Transporter wirklich wegsteckt. So. 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 Jetzt holen wir erstmal die Panzerfaustschüsse. Und zwei. zwei Munition. Und noch eine Zephyr. Ja. 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 Ein guter Anfang. So. 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 Ist die Frage. Wo ist der Transporter? Wo fährt er lang? Wo ist er denn? Ja, ein guter Anfang. Dafür geht euch das Lachen, was? Das Ding verreckt gleich. Gleich? Jetzt? Wie eine Flunder. Das Ding verreckt! Das Ding verreckt! Das Ding verreckt! Natürlich kommen jetzt die ganzen Gegner an Die muss da irgendwie weg Na wo sind die alle? Ich komme mal hoch Haha Halt durch, bin gleich da Brauchst du Hilfe? Dann mal los Gern geschehen Du hast mich angelogen Ich hab nicht gelogen Ich hab nur den Teil mit Sam ausgelassen Unglaublich Hör zu, Asaf hat Vorsprung Und wir müssen uns beeilen Wir? Ah, shit Hör zu, ich Ich bucke schon aus Okay Karten auf den Tisch Ich brauch deine Hilfe Das fällt dir jetzt an, hm? Und wenn du den Zahn willst, brauchst du meinen Hör zu, ich hab's versaut Okay Nennst du das etwa eine Entschuldigung? Tja, wenn das heißt, du bist dann wieder dabei Klar Pass auf Wir beide haben hier was zu verlieren Und das weißt du genau Damit das klar ist Mir geht's nur um den Zahn Nicht um Sam Drake Und ganz sicher nicht um dich Na von mir raus Und ich würde sagen Hier mach ich jetzt erstmal einen Cut Und bis zum nächsten Part Bis zum nächsten Mal ا Vielen Dank.